Ja, wir sind ja jetzt auf der Comic-Con und hier gibt es definitiv ein paar Cosplays, aber es gibt Cosplays und es gibt Cosplays. Wenn ihr mal einen kurzen Blick werfen wollt. Kurzer Blick. Nur einen ganz kurzen Blick. Ich glaube, das ist aus irgendeinem MMO. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und die wird auch ein bisschen fotografiert. Ich kann sie euch nochmal zeigen. Na, habt ihr sie erkannt? Wir können sie einfach mal fragen. Aus welchem Universum ist das? Das ist aus dem Videospiel Lineage 2. Die Banshee geinträgert. Lineage 2. Schon gezockt. Jetzt wisst ihr das, es ist Lineage 2. Wenn ihr sie sehen wollt, Lineage 2 zocken. So. Lineage 2. Lineage 2? Ja. Und ich gucke mal weiter nach Cosplays. Aber ich bin mir sicher, so was krasses wie hier. Wir haben hier einen, der geht als Poker-Keks. Der ist eh der Beste. Ist voller Infos. Aber ich muss euch sagen, sieht definitiv besser aus als das Original. So. Wir sehen uns wieder. Hau da rein. Tschüssi, Sikowski. Und ich glaube, der ist ein lohn. Von Möbel Untertitelung. BR 2018